Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs signalisieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Signalisiert. Signalisierte. Hat signalisiert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich signalisiere. Du signalisierst. Er signalisiert. Wir signalisieren. Ihr signalisiert. Sie signalisieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich signalisierte. Du signalisiertest. Er signalisierte. Wir signalisierten. Sie signalisierten. Ihr signalisiertet. Sie signalisierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe signalisiert. Du hast signalisiert. Du hast signalisiert. Er hat signalisiert. Wir haben signalisiert. Sie haben signalisiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich signalisiere. Du signalisierest. Er signalisiere. Wir signalisieren. Wir signalisieren. Ihr signalisieret. Sie signalisieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich signalisierte. Du signalisiertest. Er signalisierte. Wir signalisierten. Ihr signalisiertet. Sie signalisierten. Den Schluss macht der Imperativ. Signalisiere du. Signalisieren wir. Signalisiert ihr. Signalisieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb signalisieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Traininggeschwindig. , Magnif fianchwind. Untertitelung des ZDF, 2020